Mariola vermisst einen besonderen Menschen. Die Sehnsucht ist sehr stark, meine Mutter finden zu wollen. Ist es mit der größte Wund in deinem Leben? Eigentlich mein größter Wunsch. Julia und der Team machen sich in Polen auf die Suche. Richtig weiterhelfen konnte uns niemand. Wir müssen uns irgendwas anderes überlegen. Können sie ihren Wunsch erfüllen? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie geht's dir gerade? Völlig aufgefühlt, ganz durcheinander. Die neuen Folgen. Bitte melde dich. Morgen um 17.55 Uhr in Sat.1.